Ich war schon immer brillant, von Geburt an böse und ein bisschen verrückt. Ich bin Cruella. Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um. Steig ins Boot! Viola! Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen. Nunchucks, Otto, Ottos Zahnspange, Brusthabe, Yoga, Piloten, eine Schmusesteine, Tupperware, Kung-Fu! Lorraine, du musst zurückkommen. Ist deine Rettung all das wert, was sie haben? Denn genau das könnte der Preis dafür sein. Weißt du, was ich an diesem Leben am meisten liebe? Es gibt keine endgültigen Abschiede. Ich sage zu allen nur also, man sieht sich. Ich lebe für immer! Komm zurück! Oh oh. Aufteilen! Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. Ich mag Oma, aber nicht. Oma riecht nach Korea. Hey! Wie bitte? Oma riecht? Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Willkommen zum... Ja, man, aber du! Space Jam! The Space Jam! The Space Jam! The Space Jam! Wir trinken nur tagsüber, richtig? Wie Hemingway. Kein Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende. Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Es muss einen Insider geben. Ich kann in zwei Wochen erledigen. Wofür Sie 20 Jahre brauchen. Die schmeißen alle raus, die einen Traum haben. Zeit, etwas Lärm zu machen. Haben Sie noch eine Kinder gesehen? Mom, ich bin doch hier. Heute Morgen war er sechs Jahre alt. Oh nein. Mom, ich habe Angst! Oh Gott, Entschuldigung, Freddy. Schon gut, starke Rechte. Ja, ich schwirr. Sie haben eine Flussfahrt gebucht und können nicht schwimmen? Das ist Selbstloch. Naja, ist irgendwie unser Ding. Was ist hier los? Stumpf? Mein Fels! Was ist denn? Was wollen Sie? Ich will das Schwein drankriegen. Für wen? Für all die Frauen, die er getötet hat. Dieser Naga ist erledigt. Das Land wird zusammenbrechen. Wie mehr geben, als das, was wir tun Tag für Tag. Man schießt auf uns. Wir werden überpaaren. Wir werden als Geiseln genossen. Alle runter auf den Boden! Wie oft wurde ich wegen dir fast getötet? Nicht oft genug. Wir wünschen uns ein Baby. Ich hatte gehofft, dass du es inzwischen anders siehst. So eine Anschuldigung ist für einen Mann der schlimmste Albtraum. Jetzt rate mal, was für eine Frau der schlimmste Albtraum ist. Wo ist das Bild? Welches Bild? Glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen? Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein! Das geht schon eine ganze Weile so. Ich mache gleich ein bisschen Krach. Du kannst nicht davor weglaufen, wer du wirklich bist. Wieso vertraust du mir nicht? Ich vertraue dir. Das weißt du. Tust du nicht? Du vertraust keinen. Du kontrollierst nur alle. Schätzchen, finde Songs, die dich bewegen. Wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht weiter. Wer immer das war, hat noch ein anderes Motiv. Der hat was gegen Cops. Eines Tages wird eine Legende geboren. Was gibt es für einen Notfall? Ein teuflisches Genie will aus Kindern superböse, böse Babys machen. Nein! Willkommen zur Baby-Revolution. Aha! 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 Ein ausfahrbarer Schießsitz? Was für ein herrlicher Morgen! Weg die Kinder! Du bist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben, du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet, ja. Bereit? Tja, wir werden sehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR